Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest, ihr rechtmäßiger Platz anzunehmen bei Verloben Stillzweig im Dämmerwald, an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Nehme nun die Quest gleich mal an. Jetzt wird sie geklaut. Nun darf ich die Quest bei Beliswa Sternenhauch abgeben, im Dämmerwald, an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao!